Yo Leute, was geht ab? Willkommen bei KuchenTV Uncard. Wir gucken jetzt, wie World of Warcraft aus Versehen der Wissenschaft half. Heftig, Digga. Mama, Schüsse raus. Ich war 10 Jahre alt, gerade einmal 40 Level stark und derart orientierungslos, dass ich nicht einmal merkte, dass um mich herum Geschichte geschrieben wurde. Im Online-Rollenspiel World of Warcraft. Digga, als ob er mit 10 Jahren schon Level 40 bei World of Warcraft war. Ihr könnt mal reinschreiben, habt ihr World of Warcraft gespielt und wenn ja, wie alt wart ihr, als ihr das das erste Mal gemacht habt? Das würde mich mal interessieren. Also ich habe das erste Mal World of Warcraft gespielt. Ich glaube, da war ich 12 oder so. 11, 12, irgendwo da. Mein Stiefbruder hat das halt gespielt. Ja, und dann habe ich natürlich auch irgendwann angefangen. Aber mich hat das halt auch nie so wirklich gecatcht tatsächlich. Also ich weiß nicht, das ist so kein Spiel, wo ich jetzt so den ganzen Tag versinken kann. Ich fand auch damals zum Beispiel, es ist mir immer so nach 20, 30 Level langweilig geworden und habe einen neuen Charakter gemacht. Weil ich mir dachte, jo, jetzt habe ich halt 30 Level Krieger gespielt, jetzt habe ich Bock auf was anderes. Außer den Todesritter. Wo der Todesritter rauskam, den habe ich durchgesuchtet. Vor allem, ich war auch so dumm, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, 13 oder so. Oh Mann, das war echt einfach nur dämlich. Ich hatte halt, du musst ja vorher ein Level 55 haben und ich glaube, ich hatte einen Schamanen auf 55. Und ich dachte so, ja okay, ich will jetzt einen Todesritter durchziehen und habe alle meine Gegenstände mit dem Schamanen verkauft. Also einfach halt ganz normal verkauft bei so einem Verkäufer, der da halt rumstand. Also wirklich mein ganzes Gier, alles. Ich war komplett nackt und das waren halt insgesamt so, keine Ahnung, 12 Gold oder so. Und alleine, wenn du ja die Quests von dem Drachenritter machst, also dieses Gebiet, hast du halt irgendwie schon 60 Gold oder so. Also diese 12 Gold waren halt komplett unnötig. Ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe, das war so dumm. Ich dachte so, ja gut, ich muss ja irgendwie so einen Startgehalt haben, ne. Jetzt habe ich da halt irgendwo noch so einen Schamanen rumhängen auf Level 55, der überhaupt keinen Equip hat. Wie komme ich da wieder rein, Dick? Also was soll ich machen? Was ist meine Möglichkeit jetzt? Keine Ahnung, ich müsste ja, weiß ich nicht, was soll ich machen? Ja, wenn wir mit anderen Charakteren Gold geben und dann im Aktionshaus was kaufen wahrscheinlich, Alter. Spricht Ende 2005 durch einen Programmierfehler eine Pandemie aus, die sich nahezu auf die gesamte 6,5 Millionen starke Spielerschaft auswirkt, den Spielalltag komplett verändert, echte epidemiologische Daten hervorbringt und damit 15 Jahre später menschliches Verhalten in einer echten Pandemie erklärt. World of Warcraft war und ist ein Phänomen für sich. 2005, ein Jahr nach der Veröffentlichung, ist es für viele Spieler das erste Spiel dieser Art und eröffnet vielen Nichtspielern ihre ersten naiven Schritte in einer neuen Welt. Das Spiel ist damals das Mittel zum Eskapismus, um abzuschalten und stattdessen mit Freunden oder Fremden aus der ganzen Welt Herausforderungen zu bestreiten. Eine dieser neuen Herausforderungen erscheint am 13. September 2005. Die Hauptstadt des Dschungeltroll-Imperiums will den Loa des Blutes Hakkar in ihre Welt beschwören und das ist schlecht. Also sind Spielerinnen und Spieler angehalten zu intervenieren, in diese Stadt zu reisen und den Trollen sowie dem später beschworenen Hakkar die Motivation aus dem Leib zu prügeln. Und das machen sie dann auch. Herausforderungen wie diese finden nur in abgesperrten Bereichen statt, in denen man nur mit einer Gruppe von 20 Spielern kommt und dort dann unter sich ist. Außerhalb dieser Instanz geht das Leben aber weiter. Fremde Spieler laufen sich über den Weg, grüßen sich oder fordern sich zu Duellen heraus. Und diese Herausforderung war zwar nicht einfach, aber machbar. Es dauerte nicht lang, bis die ersten Spielergruppen vor dem Endgegner Hakkar standen und sich mit ihm maßen. Um den Kampf etwas anzuheizen, verteilte Hakkar zwischendurch immer mal wieder ein Fluch namens Verdorbenes Blut oder Corrupted Blood, der betroffenen Spielern alle paar Sekunden ein wenig Leben abzieht und sie dazu drängt, voneinander Abstand zu halten, damit der Fluch nicht auf andere Mitstreiche überspringt. Ja, diese Raids und so weiter habe ich tatsächlich nie gemacht, lustigerweise in World of Warcraft. Also ich hatte ja auch schon mal so Max-Level. Ich war glaube ich bei einem einzigen Raid dabei, ich weiß gar nicht. Das war, da waren wir irgendwie auch irgendwas, was mit Wüste zu tun hat. Da habe ich dann irgendwie so einen Käfer als Mount bekommen, was ich aber nur in dieser Instanz nutzen kann. Weil ich auch richtig kacke fand. Ich meine, du hast schon die Chance, das war super selten. Wohl alle haben sich aufgeregt, dass ich das bekommen habe. Und ja, das ist halt total dumm. Warum kann man das halt nur in der Instanz verwenden? Das habe ich irgendwie nicht gecheckt. So, weil, keine Ahnung. Als ob ich jetzt da reingehe, um dann damit rumzulaufen. Ja, aber ansonsten habe ich nur die normalen Instanzen gemacht. Aber diese richtigen Raids mit so 100 Leuten, weiß ich nicht, war jetzt nie so wirklich meins. Vor allem, ich weiß gar nicht, irgendwer hat mir das letztens erzählt. Ich glaube ein Kollege oder so, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Der spielt auch World of Warcraft, ist auch in so einem Clan drin. Und der Clanführer, der einmal in der Woche Raid und so ein Mitglied meinte so, jo, ich kann das nicht an Quirat. Ja, das könnte sogar sein, Digga. Und der konnte halt nicht zu dem Raid, weil er was mit seiner Freundin gemacht hat. Und dann meinte der Clan-Chef halt zu ihm so, ja, dann bist du raus aus der Gilde. Was soll denn das, Digga, das ist mega wichtig. Du lässt uns hier alleine, bla bla bla. Wo ich mir auch so dachte, wo ich das gehört habe, alter. Digga, für diesen Typen ist halt World of Warcraft so ein komischer Gammel-Raid. Und halt einfach wichtiger, als dass der Typ im Real-Life was mit seiner Freundin macht. Also weiß ich nicht, das ist für mich schon, das ist für mich so super suspekt. Keine Ahnung, vielleicht sehe ich das aber auch nur so, weil ich halt das weird finde, irgendwie für World of Warcraft das Real-Life liegen zu lassen. Ich meine gut, wenn jetzt jemand nicht zum Fußballspiel kommt, weil er was mit seiner Freundin macht, würde ich vielleicht auch sagen, so ja, komisch irgendwie. Aber, weiß ich nicht, das ist ja wenigstens dann Real-Life-Fußball, weißt du, Team-Gedanke und so, da ist irgendwie schon mal ein Unterschied irgendwie noch dazu. Ein weiterer Faktor, den man beim Kampf beachten sollte, der aber außerhalb der Instanz eigentlich aufgelöst wurde und so nicht in die offene Spielwelt gelangen konnte. Eigentlich. Denn der tierische Begleiter des Jägers konnte, ähnlich wie in Pokémon, zurück- und wiederhergerufen werden. Es dauerte also nicht lang, bis das erste infizierte Tier innerhalb der Instanz zurück und in der offenen Welt wieder herbeigerufen wurde und so zum Index-Patienten oder viel eher zur Faktor. Digga, aber wie geil ist dieser Bug, bitte, Mann. Also ich feiere das gerade halt wirklich no joke. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ich höre das erste Mal davon was. Aber ich finde das richtig spannend eigentlich. Irgendwie so dieses, muss ich dir doch vorstellen, so auf einmal dieser Jäger, was muss er sich gedacht haben? So, hey, Digga, wieso kriegt der die ganze Zeit Schaden? So, what? ...Jeder Maus wurde. Innerhalb weniger Tage waren die Straßen von Sturmwind und Orgrimmar mit Spielerleichen gepflastert. Spieler mit geringem Level wurden von der Krankheit sofort dahin gerafft, während auf stärkere Charaktere der langsame, unausweichliche Tod wartete. Die Bedingungen für diese Pandemie innerhalb von World of Warcraft konnten kaum besser sein. Das Spiel hatte eine immens hohe Interaktionsrate von Fremden untereinander. Wer mit jemand anderem handeln oder seine Ausrüstung näher betrachten wollte, musste nah am anderen Spieler stehen. Hauptstädte waren wesentlich dichter mit Spielern bevölkert als lebensfeindliche Wüsten. Computergesteuerte Gegner wie Händler oder Stadtwachen konnten zwar infiziert werden, starben aber nicht an dem Virus und wurden so zum digitalen Äquivalent für asymptomatische Patienten. Und nicht nur RTL-konforme Hardcore-Gamer tauchten in diese Spielwelt ab, sondern auch Professoren, alleinerziehende Mütter oder meine Deutschlehrerinnen. Weil ich, wie eingangs erwähnt, damals zehn Jahre alt war und noch beschäftigt war, in Orgrimmar noch Gold zu betteln, damit ich endlich mein Reitier kaufen konnte, habe ich stattdessen Florian Karmolz, Moderator der damaligen Wow-TV-Sendung, gefragt, wie er dieses Ereignis wahrgenommen hat. Ich habe damals definitiv den Virus nicht aktiv weiterverbreitet. Das muss die Zeit gewesen sein, in der ich meinen Schattenpriester gespielt habe. Also eine Klasse, die bedingt auch zum Heilen taugte und mit der man gestorbene Mitspieler wiederbeleben konnte. Das heißt, ich glaube, ich meine mich zu erinnern, wie ich eine Weile versucht habe, mit irgendwelchen Schilden dagegen anzukommen, dass das immer weiter tickt. Womit ich aber höchstwahrscheinlich auch dafür gesorgt habe, dass andere mit angesteckt wurden. Als das passiert ist, habe ich, glaube ich, einfach irgendwie ausgemacht und habe gesagt, ach komm, ey, nee, das ist es nicht. Ich habe gesagt, lass uns einfach mal ein paar Stunden, einen Tag, zwei Tage jetzt das Ding ausmachen und gucken, ob sich das dann irgendwie erledigt hat, also ob es ausgelaufen ist. Ah, Schattenpriester, ach so, ich war ja beim Hexenmeister, lol. Am Ende der virtuellen Pandemie erfolgte Forschung fand heraus, dass sich viel antizipiertes menschliches Verhalten tatsächlich auch im Spiel gezeigt hatte. Heiler taten sich zusammen, um Infizierte wieder genesen zu lassen, andere witterten hinter diesem Vorfall eine geheime Verschwörung und viele waren einfach sehr verunsichert und irritiert. Irritiert war ich auch selber, deswegen kann ich selbstverständlich nachvollziehen, dass Spieler, die dieses Spiel weniger intensiv gespielt haben als ich, wenn man da in die Hauptstadt durch dieses beeindruckende Tor und durch die Mauern geschritten ist, reinkam und Spieler reihenweise um einen herum umgefallen sind. Digga, wie geil, also jetzt ist es nur eine Joke, wie geil muss das damals gewesen sein, Mann? Und es gibt ja wahrscheinlich keine Aufnahmen davon, weil das ja so 2006, 2007 irgendwann war und das damals ja noch gar nicht so groß war wie heute. Auch krass, gerade mal 14 Jahre, aber so vor 14 Jahren war das ja noch nicht normal. Da gab es gerade YouTube so, da wurde das gerade erstellt. Finde ich eigentlich auch sehr, sehr heftig, wenn man da mal so drüber nachdenkt. Ja, finde ich eigentlich schade, weil es wäre, glaube ich, sehr, sehr lustig. Auch heute wären das, glaube ich, sehr viele lustige Videos, die man da machen könnte. Wäre eigentlich geil, wenn World of Warcraft das mal wieder als Event reinhaut. Aber dann auch umfällt und danach wieder stirbt und wieder. Ich glaube, dass da schon ganz viele gedacht haben, oh mein Gott, habe ich jetzt was falsch gemacht? Haben wir hier einen Ausbruch von irgendetwas im Spiel? Also, hat mir schon gut vorgestellt. Ja, aber ich meine, wie, äh, das Corona-Evil. Aber wie ist denn das eigentlich? Ähm, ich überlege gerade. Ähm, wenn du stirbst, dann hast du das ja nicht mehr, oder? Also, das bleibt ja nicht so, dann bist du ja quasi geheilt. Man hätte ja quasi einfach nur, also jeder hätte ja quasi nur einmal sterben müssen gleichzeitig, dann wäre es ja vorbei gewesen so. Man stellt das dar, dass da viele Spieler sehr aufgeregt und nervös waren und dachten, äh, ja, mein Spielcharakter stirbt jetzt vielleicht für immer. Eine der größten Entdeckungen der Auseinandersetzung mit dem Corrupted Blood-Vorfall war das Element der Neugierde. Modelle zur Berechnung von Pandemien hatten bis zu diesem virtuellen Ausbruch nicht einberechnet, dass Leute ja auch aus unvernünftigem Interesse in Krisengebiete reisen könnten, nur um mal zu gucken, wie es da ist. Und diese Beobachtung hat sich spätestens jetzt, mitten in der Covid-19-Pandemie, auch bewahrheitet. Denn Neugierde soll gerade bei... Na gut, wenn du in der Stadt respawnst, dann schon, aber du könntest dich ja halt einfach am Friedhof wiederbeleben, ne, das geht ja auch gegen 20 Prozent der Dings oder so. ...journalisten vor Ort zu Beginn der Pandemie ein wichtiger Faktor gewesen sein. Ich habe damals tatsächlich fast alles gesehen, was wir heute als reale Menschen mit einer wirklich schlimmen Pandemie, äh, so draußen rumlaufen haben. Wirklich die gesamte Bandbreite hatten wir, hatten wir in der Gilde, hatten wir auf dem Server, hatten wir im Forum. Also eigentlich finde ich es wirklich erschreckend, wie damals eine virtuelle Seuche tatsächlich so viele Menschen so, ja, verändert hat und so, so, so vieles mit ihnen gemacht hat, also so viele Emotionen hervorgerufen hat. Im Nachhinein wirkt das alles so unendlich ideal. Es war für die daraus resultierende Forschung extrem wichtig, dass dieser Ausbruch zufällig geschah und nicht im Mitwissen der Spielerinnen und Spieler. Einige Jahre später veranstaltete Blizzard ein ähnliches Event im Spiel, jedoch wesentlich offensichtlicher, sodass die daraus entstandenen Daten eher unbrauchbar waren. Natürlich gab es auch Leute, die es sich im Spiel aktiv zur Aufgabe gemacht haben, andere zu infizieren. Und auch wenn es keine genaue Parallele dazu in der echten Welt gibt, sind diejenigen, die aus purer Ignoranz sich und andere gefährden, kaum etwas anderes. Es ist also sicherlich nicht alles. Ja, finde ich aber krass eigentlich, dass es das echt mal gegeben hat. Und dann haben die jetzt mal, wie lange war das drin? Weiß das einer zufällig? War es jetzt ein Tag drin oder zwei? Ich meine, sowas patchen die doch auch bestimmt mega schnell raus, oder? Ich meine, das kriegen die ja wahrscheinlich auch mit, wenn da auf einmal alle sterben. Gleich, manchmal sind die Parallelen ja auch eher gegenläufig. Damals hieß es, weg vom Rechner und raus an die frische Luft. Heute nehmen wir wohl eher rein ins Warme und ran an den Rechner. Wenn man also dann doch aus Computerspielen etwas lernen könnte und das dann ignoriert, dann ist das vor allem furchtbar schade. Dekadente, etwa 6000 Subs, ja mein Kerl, ich verstehe es auch nicht. Und wer sich jetzt abseits von der Pandemie noch für Reize an Verschwörungserzählungen interessiert, kann sich hier die erste von insgesamt vier einstündigen Präsentationen von mir und meinem alten Kollegen Paul angucken. Da geht es um Definition, Psychologie, Geschichte und den Umgang mit ihnen im eigenen. Stimmt, Digga, dieser Paul ist gar nicht mehr bei dem Kanal dabei, ne? Stimmt, der war auf einmal weg. Ja, aber gutes Video auf jeden Fall. Wobei man vielleicht noch ein paar Informationen mehr, wenn man ja lieber als Jen kennt. Ja, auf jeden Fall nice, aber sonst feiere ich das auf jeden Fall. Bin weg zum Training, euch noch schönen Abend. Bruder, viel Glück heute beim Training, Alter.